Aber wir kommen nicht voran, weil die Stadt immer mehr Probleme zu kämpfen hat. Ich hab mich auch schon gefragt, ob wir was dagegen nicht tun können. Wir sollten zuerst den Stadtbewohnern helfen. Meinst du? Ja, Leuten in Not zu helfen sollten an erster Stelle stehen. Verstanden. Grüß Schokolade, schön von mir. Hallo Red. Alle Notfallhilfsgesuche gehen bei der Quest Pro sein. Okay, dann lasst uns gehen und den Stadtbewohnern helfen. Und das, was ist mit den beiden Hybriden? Ich weiß nicht, wo ich es weiß, aber ich bin mir sicher, dass sie eh herkommen werden. Sagen wir mal, ich hab da so eine Verordnung. Vielleicht hast du recht. Gut, dann lasst uns bei der Questböse vorbeischauen. Heute ist die Hölle los, weil alle nur von hier eingehen. Vor die Hölle Rettung auskümmern. Notfall. Wir brauchen niemanden mit einem Robot, der das Schuftwerk... Naja. Mamoru ist da. Bitte sprich mit Mamoru am Westausgang des Terminates und näheres zu auffahren. Geh direkt durch den Haupttunnel und dort hinzugehen. Bitte beeil dich. Also dann, viel Glück. Ah, jetzt können wir irgendwie mal geradeaus. Mamoru, was geht? Mamoru! Ah, Red, du hast bestimmt meinen Jobauftrag gesehen. Danke nochmal, dass du damals meine Flugblätter ausgeteilt hast. Gerne, aber lass uns später über die guten Zeiten reden. Du hast recht. Hey Papa, der Jäger ist hier. Du bist Red, oder? Bist du hier, um uns zu helfen? Ja, was soll ich tun? Da vorne schlägt ein schwarzes Monster, alles kurz und klein. Und der ganze Schutt versperrt die Straße. Aber hinter dem Schutt sind immer noch vier von uns eingeschlossen. Wir haben zwar einen Roboterbohrer, aber keinen Roboter, um ihn zu benutzen. Also soll ich den Schutt beseitigen und die vier Leute retten? Ganz genau, Red, du bist unsere einzige Hoffnung. Benutze den Roboterbohrer dort, um den Schutt zu beseitigen und verletzt zu kommen. Alles klar, ich nehme mir dann den Bohrer zurück. Äh, bitte beil dich. Der Weg ist durch den Schutt versperrt. Mit dem Bohrer kann ich mich... Ja, das wissen wir schon. Was mit dir? Das schwarze Monster könnte immer noch dort sein. Sei vorsichtig. Oh, scheiße. Oh, das brennt wie Hölle. Äh, das brennt wie Hulle. Das brennt wie Hulle. Okay. Ich sollte den Flammen nicht zu nahe kommen. Mir hilft mir das Monster. Das Monster kommt. Hey, alles in Ordnung? Äh, bist du hier, um mich zu retten? Ich habe den Schutt beseitigt. Beringen Sie sich in Sicherheit. Danke. Ich dachte, mein letzter Stündlein hätte geschlagen. Heute geht die Post hier richtig ab. Okay, jetzt noch drei. Okay, jetzt noch drei. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn du nicht gekommen wärst. Danke, vielen Dank. Ja, ausgiebige Tanksaugung ist jetzt keine Zeit. Bringen Sie sich erstmal in Sicherheit. Oh ja, danke. Vielen, vielen Dank. Okay, da haben wir jetzt die Omao gerettet. Ich muss noch zwei weitere finden. Ich habe es geahnt. Wie viele Pekosale habe ich denn jetzt? Fünf, okay. Kann ich eigentlich auf die andere Seite springen? Nein, kann ich nicht. Okay. Wo ist eigentlich der Bohrer, den ich hatte? Hm, Schatten. Ach, ich habe mich schon gefragt, ob ich dich hier treffen würde. Okay. Okay. Geht's Ihnen gut? Oh, ich hätte mich gerettet. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen, Grünschnabel. Mich auf meine alten Tage so lange in die Gefahr zocken zu lassen. Ja, ja, schon gut. Jetzt bin ich sehr schnell. Bringen Sie sich in Sicherheit. Ähm, du hast recht. Weißt du, in meinem Alter hat man seine Zunge nicht mehr zu umzauken. Allerdings wollte ich mir nur Danke sagen, dass du mich gerettet hast. Ja, das hätte ich auch gedacht jetzt. Alter Schachtel. Gut, jetzt noch, äh, jetzt fehlt noch. Ja. Ja. Gut, jetzt noch, äh, jetzt geht's. Gut, jetzt noch, äh, jetzt geht's. Uh, 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 uh. Keine Sorge, jetzt ist alles in Ordnung. Du warst sicher, du warst sehr tepfer. Oh. Aber, aber, nun ist doch alles gut. Hör auf zu weinen. Ich weine doch gar nicht. Oh. Komm, hör auf zu weinen und lauf zu den anderen. Danke. Was ist jetzt mit mir? Das war's, alle sind Geräte. Ich sollte besser zu Mamoru zurückkehren. So, wir wetten, gleich kommt irgendwie ein Riesenschatten oder so. Der mich einfach jetzt bekämpfen will. Irgendwas muss jetzt kommen. Das wäre dann komisch, wenn der jetzt nicht kommen würde. Oh, ich will jetzt mich verarschen. Diesen Weg hätte ich dir auch sparen können. Die Rettungsaktion ist abgeschlossen. Ja, sie sind alle wieder bei uns. Das war genau der richtige Job für einen Jäger. Du hast ganz schön Mumm, Kleiner. Hey, Schokolade, gibt es schon eine Spur von Nero und Plank? Ich habe noch nichts entdeckt. Okay. Blö, blö, sind sie bei der Quest oder noch mehr? Sieh doch mal nach. Okay. Es kommen jetzt noch mehr Quests. Es kommen also noch mehr Quests. Geht klar. Was jetzt? Hier sind die, die du annehmen kannst. Die Bombe? Bitte, sprich mit dem Shop nach dem Serviceterminal, um ein Leeres zu erfahren. Das Serviceterminal ist im westlichen Teil des Parks. Feltrie heilen. Eine Bombe? Hatten wir das nicht einmal mal mit der Bombe? Kann ich ein paar Andenken kaufen? Ja. Hier ist der Schaffner, oder nicht? Oh, ich bin da ganz falsch hingegangen. Ah, naja, man kann ja noch ein bisschen nachschauen, ob da irgendwas ist. Scheint nicht. Des Parks. Ach. Aber ist das nicht ein Park? Hier? Hier? Was sie wirklich alle gefunden ist, ist unglaublich. Ich weiß. Was hast du zu sagen? Weißt du was? Leck mich am Sack. Was war das denn gerade? So, bippie, 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 b-b-b-Beatbox. Sind das etwa Himmelparaden? Einige von ihnen sehen sogar wie Kurvas aus. Beatbox-Action. Oh ja, bist du derjenige, der den Job angenommen hat? Ja, das heißt, ich hab den Job angenommen. Ich habe von einem Schaffner angenommen. Moment mal. Wart ihr etwa... Wart ihr das etwa? Oho, das hat aber gedauert, bis es geklickt hat. Der Schaffner hat uns geholfen. Was? Was soll das heißen? Ein Pirat wie ich kann nicht einfach in die Quest-Busse lauschen, äh, latschen und den Quettenjob abgeben. Der Schaffner wollte uns helfen, wirklich. Wir haben ihn nicht gezwungen. Na gut, was soll ich denn für euch tun? Bringt uns die Bombe aus dem hohexplosiven Sprengstoff, die da drin aufbewahrt wird. Das halte ich für eine gute Idee. Nein, nein, es ist nicht so, so wie du denkst. Wir wollen damit nichts Böses anstellen. Wir wollen nur versuchen, diesen Koloss zu besiegen, der die Stadt angegriffen hat. Wir haben uns hier beratstellt, was wir tun sollen, und dann hatte der Schaffner eine Idee. Er war so nett, uns alles über die große Bombe zu erzählen, die hier drin gelagert wird. Stimmt, ich habe hier tatsächlich mal so eine Bombe gefunden. Hm, na gut. Man braucht einen Roboter, um die Bombe zu ertragen, aber unsere sind alle kaputt. Wenn ihr gegen diese Roboter-Monster kämpft, dann stehen wir auf der gleichen Seite. Ich helfe euch. Wirklich? Danke. Die Bombe wird tief in dieser Einrichtung aufbauen. Vielen Dank für deine Hilfe. Und du? Das stimmt, ich habe mich das... Ja, ich möchte mich nur in... Bitte hilf uns. Ja, okay, geht klar. Oh, das war so. Ich habe mich nicht aufbauen. Oder? Ich habe mich nicht aufbauen. Ich habe mich nicht aufbl Reno. Ich habe mich nicht aufbauen. ...gib von mir zu欄 sind. Stürb mal. Ich habe eins, 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 eins. Erfahrungspunkte brauch ich noch. Ich habe eins, 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 eins. Ich habe 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 eins, eins, eins. Ich habe eins, eins. Ich habe eins, eins, eins. Ich habe eins, eins, eins. Ich habe eins, 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 eins. Ich habe eins, 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 eins. Ah, deswegen brauche ich dieses Ding hier. Das ist wirklich gut. Ich hoffe, das sind die letzten. Ich habe keinen Bock mehr auf Gegner oder so. Okay, das haben wir dann. Ach so, so ist das. Okay, das war's. 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 Okay, 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 geht klar. Okay, das war's. Cut machen. Wir sehen uns. Okay, das war's. Okay, das war's.